8. Kapitel des 1. Teils von Die Wahlverwandtschaften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Paul Johannes Freiberger Die Wahlverwandtschaften Von Johann Wolfgang von Goethe 8. Kapitel des 1. Teils Der Hauptmann untersuchte gleich am frühesten Morgen den Platz, entwarf erst einen Flüchtigen und als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Riss neben Anschlag und Alma forderlichen. Es fehlte nicht an der nötigen Vorbereitung. Jenes Geschäft wegen Verkauf des Vorwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlass zur Tätigkeit. Der Hauptmann machte Eduarden bemerklich, dass es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu feiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu überwinden, denn es kam ihm schnell in den Sinn, Otiliens Geburtstag, der später fiel, gleichfalls recht feierlich zu begehen. Charlotte, der die neuen Anlagen und was deshalb geschehen sollte, bedeutend, ernstlich, ihr fast bedenklich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge, Zeit- und Geldeinteilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr Verlangen suchte man sich des Abends auf. Otilie war indes schon völlig Herrin des Haushaltes, und wie konnte es anders sein, bei ihrem Stillen und Sichern betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem Hause und dem Häuslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, dass sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitging, dass sie nur aus geselliger Pflicht abends länger draußen verweilte und auch, wo er manchmal einen Vorwand häuslicher Tätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wusste er daher, die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, dass man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war und fing an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, Solche besonders, in deren Vortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidenschaftlichen Liebe zu legen war. Gewöhnlich saßen sie abends um einen kleinen Tisch auf hergebrachten Plätzen, Charlotte auf dem Sofa, Otilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden anderen Seiten ein. Otilie sah zu Eduarden zur Rechten, wohin auch das Licht schob, wenn er las. Als dann rückte sich Otilie wohl näher, um ins Buch zu sehen, denn auch die traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen, und Eduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen. Ja, er hielt oft längere Pausen als nötig, damit er nur nicht eher umwendete, bis auch sie zu Ende der Seite gekommen. Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an. Doch wurden beide von einem anderen Zeichen überrascht, in welchem sich Otiliens stille Neigung gelegentlich offenbarte. An einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Teil verloren gegangen, tat Eduard den Vorschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flöte vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da sie nicht zu finden waren, gestand Otilie nach einigem Zaudern, dass sie solche mit auf ihr Zimmer genommen. Und sie können, sie wollen mich auf dem Flügel begleiten, rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. Ich glaube wohl, verfette Otilie, dass es gehen wird. Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Klavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Otilie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wusste. Anzupassen wusste, ist nicht der rechte Ausdruck, denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihren bald zögernden, bald voreilenden Gattenzuliebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Otilie, welche die Sonate von jenen einigemals spiegeln gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den Irrigen gemacht, dass daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen. Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegnis sahen der Hauptmann und Charlotte Stiel schweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, der vielleicht beneiden muss. Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden ebenso gut im Wachsen als jene und vielleicht nur noch gefährlicher dadurch, dass beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren. Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, dass eine unwiderstehliche Gewohnheit in an Charlotten zu fesseln drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, in dem er schon am frühesten Morgen aufstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügeln Schloss zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig. Sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen, dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um desto mehr. Vermied nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtsfestes, die Anlage zu betreiben und zu beschleunigen. Denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den bequemen Weg führte, so ließ er vor, ergeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte alles so eingerichtet und berechnet, dass erst in der letzten Nacht die beiden Teile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben und ein schöner Grundstein mit Fächern und Deckplatten zugehauen. Die äußere Tätigkeit, diese kleinen, freundlichen, geheimnisvollen Absichten bei ihnen, mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden. Der Gestalt, dass Eduard, der etwas Lückenhaftes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine herauszunehmen und Charlotten bei dem Klavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Verlangen nicht widerstehen und so führten beide mit Empfindung, Behagen und Freiheit eines der schwersten Musikstücke zusammen auf, das es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Vergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholungen und mehrere Zusammenübungen. »Sie machen es besser als wir, Ottilie«, sagte Eduard, »wir wollen sie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.« Ende von Kapitel 8 des ersten Teils Gelesen von Paul Johannes Freiberger Halos Freiberger V. John – H. Antrag